Bei mir ist auch einer Da machen wir es um mich versuch zu fliegen Ich hab irgendeinen Oh ja shit Yohoi, Ash Flank, Flank, Flank Ja, Ash auch noch, Ash auch noch Die Banner war draußen Komm on side, komm on side Felix Ja, ich komm da Die Banner war draußen Die Banner ist offen Ja, pass auf Die AIM glaube ich besser Hattest du gerriven? Habt ihr keine liegen? Ich glaub ich geh wieder Bei Red, bei Red Die sind Balkon Sicher dass beide dort sind Ja, IQ war da auf jeden Fall Und wenn Hebran aufgemacht hat, steht er auch Ich hab dir deine hallway Ich hab ein Winkel auf das Loch Vielleicht kriegst du einen so durchgegangen Ja, da steht IQ ist im hallway Ich glaub ich hab dich reingepusht Ich hab dich reingepusht Ne, jetzt war die Banner Mein Q lebt noch 15 seconds Red's hallway Ich push auch ran Ich hab'n Ender Ich hab'n Ender Ich hab'n Ender Ich hab'n Ender Wickels links Öl Lass den Puschen Oh, der wird pushen Ich hab'n Mauer Ich hab'n Mauer Ich hab'n Mauer Ich bin drüben auf dem Bach Boah ich habe Dreck hier im Gas Ok mach mir hier die Wande auf bitte Oh hier ist ne Wegweg Hab sie Nice Ja vielleicht noch eins Weiß nicht ob es reicht Nummer eins Ich höre ihn auf Werfen Also durchstehenden kannst du gerne Glaub ich Einer legst du hier hinten im Mech Oder? Wo wo? Not sure Ne aber hier hinten im Mech Oh ja Kannst du noch weiter aufmachen Warte ich hab den gerade gesehen Ah ja Der ist aber weg aus dem Mech Der ist da noch Ja Frenchfire going in Da liegt noch mal einer im Mech Noch mal einer im Mech Bring the Defeasal Bring the Defeasal Bring the Defeasal In drin Cavera in A Valkyrie war hier hinten Jungs Automute Ah Valkyrie liegt hier noch nicht Ne nicht mal Ne nicht mal Wo ist sie? Valkyrie ist in B Sie ist hinter mir Sie ist in Bart What? Valkyrie downed Ja Von hinten Von hinten Von hinten Von hinten Nice Good job Jekyll 4k Nice job Wtf Ich wollte vorher fragen Aber ich dachte da wäre jemand drin Ja Soll ich Soll ich den holen? Jakar war im hallway aber der hat schon ordentlich Kann ich schon heftig brieffeiern Ah fuck Der ist noch Ah ne einer liegt unten Der liegt unten auf dem Boden Und einer bittes Fenster Ja pst Hallway kommt auch jemand? Ja die ist noch Kiwana ist noch bei W Bei W Bei W Bei W W geplantet Jakar war auf dem hallway aber der Das ist so kipps man Das ist so kipps man Ja das letzte war in der einen Bombe Jakar war auf dem hallway Jakar pushy Jakar pushy Jakar pushy Ist jetzt drin? Nice Das letzte war glaube ich in der Bombe Ja bei A Bei A oder? Ich use euch baby Ich use euch baby Bei A Bei A Bei A Ich gebe ihm noch einen Die überfährt einfach Aber what the fuck Was macht ihr denn So verreckt ihr denn Einer nach dem andern Fehlern alter Ich glaube der Smoke hat einen geilen Anger Peek das nicht Ok vergesst es Der Smoke ist tot Zwei sind noch am window glaube ich Fuse ist auch noch edge getrompt Der ist schlau Der Blackbit ist tot oder? Ich glaube das Blackbit noch am window ist Nicht mehr an dem einen sondern am andern Ok Fuse kommt jetzt aus dem Westen Ja genau von da von da Ja Ob Blackbit wird reinkommen Blackbit ist hoch Von runter Ja Blackbit ist jetzt unten rein Pass auf unten in den Kitchen Direkt unter dir unter dir Ich denke er wird zurück 100 Cheap Vershin getraded Oh echt? No way Das war eine Bulletin Wer ist das gerade? Wie ist das gerade? Bode Dör Black heißt ganz hinten Eh bottom bottom Luggage Here Ok Luggage Nice Nice Glauben da war noch einen Good girl Hier guck Kitchen Die Bahn ist jetzt oh die Fuse ich hab die Fuse ich hab die Fuse ich hab die Fuse auf mich ich glaub in der Kitchen WTF? ich seh den nicht mann wo war der denn wie kann er mich sehen ja safe guckt von mir oben im Kopf raus und ich seh nichts von ihm ja check in der Kitchen ich kann mich langsam bedenken die Fuse liegt doch bei mir jetzt killt er alle ja Flank Jäger mach deine Flank auf der Checkl wird es quatschen eine Schluckage hinter dir hinter dir hinter dir schon im Hallway gleich verdammt voll voll der hat Diffuser jetzt warte auf den Checkl ich kann es sagen wenn er kommt ich hab den Diffuser ok ich würd jetzt einfach nur noch Zeit spielen ich glaub der Pusht den Smoke hier versteckt sich einfach ok es ist der Corridor hier wenn wir jetzt die TV halten dann schaffen wir es wahrscheinlich und wenn das verreckt dann alle anderen anzeigen ja das ist jetzt unser Ziel scheiße Pfandszeit ja Fenster geht auf ich passe Clamer außen am Fenster was war das? ich weiß jetzt nicht ich glaub die Wand hinten äh war das schnell drin war das ich hab den ich hab den schweig ich hab den schweig war das RELOADING einer steht nur am Fenster ja die war das ich muss aufpassen Äh, bei uns geht's. Stürze. Ja, sicher die Tür halten. Kann ich auch fernstehen, wenn's geht. Ich mach grad das fernstehen, bitte. Ja. Egal, die werden uns nachher beruschen oder pushen. Träger nicht zu stehen. Reloading. Wir waren erstaunen. Ich könnte was probieren. Schäckle. Er ist draußen auf, die gibt's wie eine. Das scheint mir klein. Wanne ist wahrscheinlich da. Ja, Fuse ist onside. Ah, das ist gut. Holy shit. No way. Was machen die denn? Diffuse like bei Hibana. Ja, lass uns jetzt die TV halten. Dann geben wir auch gleich Carsten nur noch. Ja, lass Carsten gehen. Er verfüllen sich die TV hier. Schrotze dann. Wir bleiben, Alter. Was ist das Window? No way. No way. No way. Diffuse. Diffuse liegt right here. Das war Window, by the way. Der schafft alle eine hohe Repelled. Vorbei cool. Okay. Der kürische Fernsteck gewesen. Achtung, du kommst hier. Nein. Ah, der Schott war noch okay. Oh, super, Alter. Diffuse liegt hier. Ich höre noch eine. Ja, nochmal eine Repelled. Das sieht die mir aus. Das ist so amazing. How to hold every spot on board, I don't know what the fuck. Ja, unten einer drin. Echt? One on four remaining. Diffuse. Diffuse. I think we are. Oh, wow. Oh, wow. Yeah. Oh, this is easier. Oh, yeah. Was it easier? Was it easier? Oh, das ist doch alles nach der Tür? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.